Ich bin Tatjana Pries, ich bin Einrichtungsberaterin bei Dodenhof und das mit Leidenschaft. Aber da wollen wir gar nicht drauf rumreiten, wir wollen zum Wesentlichen kommen. Und das ist Thomas Witt und der 100%-Club. Das Erstaunlichste nehme ich vorweg, 35% plus in den ersten fünf Monaten. Hammer! Jetzt geht es aber darum, was konnte ich daraus besonders verwerten. Es war zum einen die Wahl der Einstellung. Die Einstellung hat für mich oberste Priorität, jeder Tag beginnt damit. Und ich habe meine Sichtweise von Ich-muss- und Ich-will-geend. Thomas Witt bedeutet nicht, dass ihr mit der bloßen Hand den Nagel in die Wand schlagen müsst. Thomas Witt bedeutet, ihr bekommt den Mega-Hammer und er zeigt auch noch, wie ihr ihn halten müsst. Nur zuhauen müsst ihr selbst und ich verspreche euch, es tut nicht weh. Im Gegenteil, ihr werdet so groß, dass ihr gar keinen Hammer mehr braucht. Vielen Dank.